Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rayma 620 heute im Stadion von Japan. Wir reisen heute den japanischen Tower ein. Das heißt Fick dich auf Indisch. Aber wir sind jetzt in Japan. Nee und nicht in Deutschland. Nicht in Amerika. Nicht in Kanada. Nicht in Brasilien. Nicht auf Ibiza. Nicht auf Russland. Welche Map gibt es noch? Wir sind nicht auf dem weißen Boden. Also wo dann eben halt Smokey und die Giorno herkommt. Wir sind nicht auf den englischen Boden. Nein, wir sind heute auf den japanischen Boden. Da müssen wir alle so reden. Hatsataka-tsanga. Jakal. Hatsataka-tsanga-mane. Oh ja, der ist schon. Oh, der ist schon. Mit der Laufhe. Die sind unten. Die haben unten. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Oh, die haben unten. Die haben den Jäger. Oh mein Gott, Jäger ist eben. Oh, ich kann nicht schicka Allah. Ich kann nicht schicka Allah mit. Oh, oh, oh. Ah. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ah, und heute dabei ist mal wieder crazy und bug. Wir haben es gerade mal 0 Uhr 3. Spaß. Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Oh, 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 oh. Der Lassner hat euch. Der Lassner hat euch. Der Lassner hat euch. Was? Der Lassner hat euch. Dein Eben, Alter. Ich lade Gottst nach. Junge Jackal hört sich auf Deutsch an, ne? Wie, Wie Last of Us. viel spaß kohle 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 hinter dir du bist tot hinter dir ja ja das bringt auch nichts es bringt wirklich nichts doch der kommt habe ich doch gesagt ich nicht hinlegt ja tot kohle 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 Budd быть jetzt nochmal er ist er behindert ich habe ihn noch nicht mal getötet ja weil er in meinen schuss läuft der trottel und sagt ich bin schuld ja du bist schuld ja wenn er warte Wie er da reinläuft Kohle, 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 Kohle So, selber schuld Der andere Mann, die sind unten, Rush Ja, jetzt zu spät, Ash ist wieder geholt Das noch Ying, mit Shotgun Nein, war ein Witz Tot Guck gegen die Wand Doch, unten, mein Spaß oben Doch, unten, unten, alleine Alleine, Blitz, Blitz Blitz, Rush, Tor Messer Ah, dass sie noch Nein, nicht Recht von dir Aber egal Kohle, Kohle, Kohle Kohle, Kohle, Kohle Kohle, Kohle, Kohle Und er hat ja weniger als 20 Ich bin ja Profi Kohle, Kohle, Kohle Kohle Ja, und Mich das interessieren Es ist in einer Runde Er ist gut, Digga Er hat einen Kill Er ist ja so gut 10 Sekunden mit Einsatz Guck Warum Warum, ich hätte den eh nicht reingelassen, Digga Nee Weitert Wir hätten ihn doch Wir hätten ihn doch Dann hätten wir Suche ähnliches Klüben Du nicht Trottel Du trottel Alter, kennst du den Spruch? Nein, Spaß Nein, Spaß Geiler Spruch Kohle, Kohle, Kohle Kohle, Kohle, Kohle Das ist kein Spruch Kohle, Kohle, Kohle Kohle, Kohle Junge, gerade hat bei mir Blitz wie Buck äh, wie Montagne hochgefahren Da, dahinter Ja, doch Nein, ganz rechts Wo hat er eine Smoke her? Achso, Glass war noch hinter dir Sag doch doch Dachte so, hä, vorher hat er eine Smoke ran hatte Junge Ich habe jetzt eine Idee Als hier Nächsten Operator Man hat Smokes So richtige Smokes Richtiges Smokes Weißt du? Smokes Smokes Und Smoke Smoke Seine Smokes Das ist ein Fake Smokes Aber richtige Smokes Wo man nicht durchgucken kann Nein, ein elektrischer Rauch Weißt du? Verschiss nicht, ne? Hast nie Titanfall 2 gespielt, oder? Hast du Titanfall gespielt? Tasse 1 Er hat die besten Spiele Seines Lebens verkackt Ja, es klappt Kohle, 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 Kohle Moin, 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 Moin Ja, so 100 HP Kohle, 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 Kohle Ist doch witzig, Mann Ist doch nur locker Roll doch nicht rum Doch, da ist gerade schon rum Kohle, Kohle, Kohle Und wir gießen Nein, war ein Witz Nein, war ein Witzig, Mann Nein, war ein Witzig, Mann Ach, Mann, immer diese blöden Wichser, Mann Warum morgen? Morgen Morgen komme ich nicht an Morgen komme ich nicht an Morgen habe ich keine Zeit Ihr wisst schon Montag, ne? Äh, Mittwoch Meint er Aber damit würde ich euch noch einen schönen Tag Und wir haben leider wieder verkackt Okay, behindert im Kopf Also, ciao, ciao Wir sehen uns in der nächsten Folge Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge Vielen Dank.